Ihr müsst euch vorstellen, jetzt kommt so ein hammer geiles Intro, warte, warte, warte. Oh mein Gott, war das nicht nice. Kommt auf die Reaction, komm, 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 komm. Leute, Schauspielkünste, ihr müsst jetzt... Stellt euch vor, es kommt ein ganz krasses Intro jetzt. Pass auf, pass auf. Intro, ganz krasses Intro in 3, 2, 1. Lass dich bauen? Also nachdem ich eins gesagt habe, müsst ihr so sagen, oh mein Gott, das Intro ist so heftig, okay? Ja, genau, okay, okay, aber erst, warte, okay, ready, ready, okay? Geiles Intro in 3, 2, 1 und... Oh, Digga, oh, oh, who's the best in the air game, oh, in the game, ich meine ich. Okay, reicht das aber auch, ne? Leute, was geht ab? Mal wieder, auf diesem Jungle. Ich krieg den Orgasmus nur von der Vorstellung. Zum Live-Scrim, ich werde das wahrscheinlich nicht hochladen, weil wir verkacken werden, aber ganz ehrlich, mal versuchen. Die sind noch nicht gut, aber die sind auch nicht richtig hardcore schlecht, die sind halt... Du hast so ne hessische Stimme, Kilian, Alter. Ey, ey, hey, 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 hey. Ja, also wie gesagt, wenn das jetzt so Live-Scrim ist und das so Hammergeil ist und so richtig spannend, denn lass doch jetzt ein Like da, nur bei mir. André ist nicht in der Videobeschreibung, Philipp erst recht nicht, weil er macht scheiß Videos und Nick, Nick ist auf jeden Fall ganz, ganz oben, Digga. Wer geht Stairs? Einer Stairs noch bitte. Dann können wir von allen Seiten rein, gleichzeitig. Dann kann ich Stairs gehen. Gut. Einer geht Jumper, einer in der Mitte und ich geht Leis. Dann sollen wir von allen Seiten machen so BAM BAM BAM! Ich hab keinen Aim. Ungelogen. Ich hab richtig scheiß Aim. Ich stand 1 zu 7. Ich war schlechter als Barky. Nein Spaß. Du sollst sehr slow pointieren. Ich hab einen. Nein, nice. Vorjump up, vorjump up. Hab ihn? Einer Main, einer Main. Oh mein Gott, Main ist so low, das glaubt ihr nicht. Ich hab noch einen Main. Warnflift vielleicht. Ah, ist Warnflift. Ja. Warte, ich pass sehr slow. Ich hab einen Weak. 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 Nein, einer guckt hinten. Fuck it. Ich komm von Jumper. Hab einen. Ab zwei. Einer jump, einer jump up. Jetzt der ist. Ja. Einer noch. Nice. Hab beide, hab beide. Geht Nächste. Lass Nächste. Ja, ich bleib, ich bleib, ich bleib. Komm schon Nächste. Ist das, das, shit. 1, 2 Rechter. Einer macht Anker hinten. Einer kommt von Anker. Ich hol Anker, ich hol Anker. Ja. Der ist im Raub. Ist eine Topflash? Die sind alle genau in der Mitte. Genau in der Mitte. Noch einer, noch einer. Ultrawick. Spawnflip des 1, 3. Einer Backdoor. Hab ihn, hab ihn. Nice. Du bist mit. Spawnflip, Jungs. Einer ist. Ja, ich weiss, was du meinst. Einer kommt von mit rein. Mit down, mit down. Spawnflip. Du machst Einer. Ultrawick. Wollt ja, ja, ja. Guck ihn, guck ihn, guck ihn, guck ihn. Wollt ihn, eine Locher, ein Leuch. Wollt ihn. Wollt ihn, oder ein Leuchang. Ich hitze, der Topflash. Ja, natürlich. Ich hol den, ich hol den. Sankflip des Torps. Mega. Gente, ich habe ihn verbunden. Zwei, ich habe zwei, ja. Ich gehe nech. LoL. Ah ne, die fiel ich wieder pushen. Jungs? Ja. Oh mein Gott. Vierer kill kill kill. Ich hab auf 1,5 kill gemacht. Dadurch einfach 100 die Prezi. Scampi. Der hört sich immer voll an. Nein, mach. Er ist voll. Ah, der hört sich immer voll an. Er ist voll, diga. Nein. Doch. Tom, bist du voll? Okay, ohne Stellung, Jungs. Ja, siehst du, dann ist er voll. Weißt du, der Film, warst du noch der Film im zweiten? Aufstellung, nee, Alter. Aufstellung ist geil, Mann. Ja, Mann, aber... Siehst du, André? Er ist nicht voll, nee. Ey, Tom, wir nehmen grad für YouTube auch, ne? Just saying. Also du wirst wahrscheinlich, wenn du nicht rausgehst... Wenn du nicht rausgehst, bist du im Video. Alter, die ist faszin. Was? Geh doch raus, wenn du nicht willst. Okay, er ist wirklich voll. Nein, sonst ist es mir langweilig. Ja. Dann sag jetzt, ja, du darfst mich im Video einbinden. Ich fände gleich egal. Tom, sag, ja, du darfst mich im Video einbinden. Meine Stimme. Ja? Ja. Okay. Ich setz grad im Auto auf dem Weg zu dir, ne? Soll ich dich abholen, dann gehen wir mal quit? Ja. Nice. Ja, ich bin grad Marienallee, weißt du, wo das ist? Ja. Nice. Erzähl dich schon mal raus, ich bin gleich vor der Tür. Ja, okay. Kannst du in 5 Minuten vor der Tür sein, Digga? Warte. Ja. Ja, passt. Mach dich schon mal fertig dann, okay? Wie das gab, Digga. Mach dich schon mal fertig, Tom. Okay. Ja, ich hab doch noch 4 Minuten. Digga, wann ist mein Ding? Ja. Ja, Digga. Hier ist nichts los, Alter. Es ist nachts fast. Es fährt keiner. Ich bin gleich da, Digga. Keine Ahnung, Mann. Ich bin ja im Auto. Ich bin nur mit dem Handy auf Teamspeaker, ich kann. Ey, Torben, geh schon mal raus, Digga, weil... Es ist ja nichts los, Digga. Torben, ich bin gleich bei der Tanke, ne? Bei der... Bei dir. Eul? Bei dir, ja. Eul, tankst du da? Ja, Royal. Ja, Eul. Du bist wie im Auto. Hä, ich bin bei Sky, Digga. Ja, okay. Oh mein Gott. Hast du die Vorfall genommen? Jordan? Ja. Musst du dich nicht fertig machen? Dir? Ja, Tom, kannst du mal rausgehen, Digga. Ich blinke gerade. Du redest doch gerade noch. Ja, Digga. Ich blinke gerade, Mann. Ich bin beim Autofahren. Blink mal zu meinem Fenster. Ich blinke. In deine Straße rein. Ich muss hier warten. Ich blinke in sein Fenster, Digga. Alter. Mach einfach sein, Mann. Digga, dein Fenster ist... So, siehst du mich draußen? Martin? Nein. Digga, ich parke, wenn du rausguckst, rechts unten. Ich bin jetzt zu fahren, sag mal auf. Das ist selber in der Auto rechts unten, Digga. Ja, komm es jetzt oder nicht sonst fahr ich weiter nach raus. Nein, fahr einfach weiter. Okay. Meine Beine kribbeln wieder so. Krieg ich halt deinen Cheeseburger. Doppel-Cheese. Als ob der jetzt wirklich geht. Tom? Tom? Ne, oder? Ne. Nein. Digga. Das hat er nicht getan. Das hat er nicht getan. Was hat er gemacht? Das macht er nicht. Das macht er nicht. Das macht er nicht. Das hat er nicht getan. Das hat er nicht getan. Er geht doch jetzt nicht raus. Wahrscheinlich ist er jetzt echt so ein Pädo und so selber in den Auto mal und dann geht der raus. Digga. Das hat er nicht getan. Er geht doch jetzt nicht raus. Er geht doch jetzt nicht raus. Digga. Digga. Kylian. Ich lau... Hä? Du musst schon rauskommen Digga. Digga. Hör mal auf, Tom. Ich kann doch nicht. Ich bin noch gar nicht da Digga. Ich würde dich doch grad mit denen. Weißt du, wie schlecht ist denn von... von Treppe? Bestes Video. Bestes Video. Bestes Video. Okay Leute, ich spring top. Typisch springt. Nein. Spassi. Hab ich noch nie in echt gesehen. RIP. Ja, ich hab dich auch noch nie in echt gesehen. RIP. RIP. Alter, mein AIM ist so heftig. Von Snow. Ab ihn. Nice. Von Mitte. Ja, Mitte down, Mitte down. Ich bin 1 für Wächter. Ich muss die Mitte kriegen. Ey. Ich verbrenne einfach. Top down. Noch eine top, noch eine top. Den hole ich. Ich hole den, ich hole den. Na lass mich den holen. Ja. Digga. Digga, ich werd gestorben. Hab ihn. Hab ihn. Nice. Einer kommt vom Wallround. Pass auf Kitchen. Ein Kitchen. Kitchen is left. Tice no, die pushen noch. Die pushen noch. Ja, einer ist top. Ich geh beim Bunker. Ab einen. Top down eine Wächter. Ich pusse raus. Ich pusse raus. Ich pusse raus, alles klar. Ja. Halt die Maul. Alter, schon lag. Ich weiß nicht. Digga, zwei Contests solo. Ihr könnt euch einfach angucken und die sind tot. Ja, warum? Keine Ahnung, ob ihr das reinschneidet, aber wollt ihr noch irgendwas lustiges tanzen? Süd. Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und lasst ein Like da. Wenn nicht. Schaut nicht bei euren Kollegen vorbei. Die sind auch nicht unter der Beschreibung verlinkt. Donnerherr. Tschüss. Bis dann. Bis dann!